Die Technik wird gerade aufgebaut für unseren morgigen Gottesdienst. Morgen 10 Uhr live im dritten bayerischen Fernseher, drittes Programm einschalten. Gottesdienst aus Teublitz. Hier ist die Bildregie. Klappt soweit alles? Der Herr spricht ein bisschen anders wie wir, denn die ganze Bildtechnik und so weiter kommt nämlich vom WDR aus Köln. Deshalb auch Grüße nicht nur am Bayerischen Rundfunk, sondern auch an den WDR. Und morgen nicht vergessen einschalten, drittes bayerisches Programm morgen um 10 Uhr. Dankeschön. Vielen Dank. Kamera 2 und Kamera 4. Was ist mit 3? 3 ist noch eingeschaltet. Machen wir Nummer 1? Nummer 1. Nummer 2 und Kamera 4 von ganz oben. Vielen Dank.